Er ist 28 Jahre alt, er kommt aus der Türkei und war ein Europameister. Bei den 10 Jahren im Juli waren wir im Jahr 2006. Wir müssen uns sagen, wir haben uns nicht auch noch. Das ist so für die 2 E. Güselle! ft. 26. 25. 26. 26. 27. 25. 29. 27. 28. 28. 29. 30. 30. 29. 31. 30. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR